So, hallo und auch herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Overwatch 2. Und ich habe mal in den Herausforderungen geguckt, mir fehlt noch ein bisschen, was ich machen muss. Also habe ich mich jetzt dazu entschieden, Rangliste in Schaden reinzugehen und mal sehen, wie es wird. Ich muss jedenfalls bloß noch ein paar Ranglistenspiele machen. Also ich bin fast mit der Woche vorbei, ich habe aber den ganzen Battle Pass schon durch. Ich habe auch den Scan. Ich war fleißig innerhalb der ersten Zeit. Wie lang haben wir, warte mal, hier kann ich sehr schlecht eingucken. Wie lang habe ich jetzt noch Zeit? 37 Tage habe ich noch Zeit, diesen gesamten Battle Pass fertig zu machen. Bis 200. Uiuiui, das wird hier noch ein bisschen anstrengend werden, aber das geht schon. Eroberer, Weltverschläger, Orakel, Offizier, Kopfgeldjäger, Sternenpilot, Außerirdischer und Rebell. Dann mal sehen, was ich jetzt noch schaffen werde. Aber jedenfalls jetzt erstmal Rangliste, Schaden. Bis gleich zur ersten Runde. Erste Runde beginnt vielleicht. Mal sehen, ob es jedenfalls die erste Runde auch sein wird. Ich habe keine Ahnung, was jetzt passieren kann. Also, ja, nach dem letzten Status, den ich ja gezeigt hatte, war ich ja in Gold sitzen geblieben. Im Schaden und ich bin immer noch hier. Wir kommen nicht weiter von Gold 5. Ich habe hier halt wie gesagt ein Diamant Lobby gespielt gehabt gegen irgendwelche, also hier in Freirollenball. Mann, ist das schlecht gewesen. Da ist eine Boosting. Oh, mir ist scheiß drauf. Na ja, das Baum werde ich jetzt boostet. Oh mein Gott, was ist denn jetzt hier los? Äh, Leute. Gut. Na toll, ist abgehauen. Seht der Mitschmeurer wieder? Im Gegner-Team ist ja gar nicht gut. Na toll, daneben. So, zwei Schüsse gelandet. Nachladen wieder. Kennt man ja nicht anders. Sobald die Gegner braucht nachladen, will ich mich jetzt aufregen, weil da hat ja gefühlt noch ein gutes Magazin. Ja, doof. Okay, wurde wiederbelebt. Hinter uns ist noch einer. Alter, hinter uns sind alle. So, ich habe ein bisschen was getroffen wieder. Okay, das war mein Fehler. Oh, ich bin down. Oh, das war ein bisschen doof. Na gut. Na, das ist ein absoluter Damage-Maurer da oben. Oh, Doppelkiss sogar. Das ist sehr gut für uns sogar mit. Also scheinbar habe ich ein gutes Team abbekommen. Puh. Na gut. Aber Schaden mache ich auch sehr gut. Also, ich bin noch mit allem gut im Rennen. Ich habe auch noch Bob. Also, ha, ha, ha. Ich habe noch Bob. Mal gucken, wie Bob reicht. Scheiß Nutzung, wie ich ihn mal platziere. War noch da, war noch da. Habe ich nicht zu Ende bekommen. Ah, ein bisschen doof. Ich gehe mal lieber den neuesten Weg hier. Oh, verdammt, du Scheiße. Habt nichts geschafft. Ah. Äh. Warte mal. Die sollen dir verdammt nochmal mein Mercy in Ruhe lassen. Mein Gott, mein Knie. Okay, ein Down. Sehr gut. Eine Passung. Jedenfalls. Ah, warte mal. Okay, ist down. Ist down. Alles sehr gut. Warte mal. Die haben eine Ecke drin. Die haben schon wieder gewechselt. Ah, warte mal. Hier ist jemand. Ich sollte mal dringend wieder üben. Oh, mein. Das ist ein Winston. Mein Gott. Ich bin irgendwie sehr nervös. Ich weiß nicht, wieso, weshalb, warum, aber mein Knie zittert. So, der macht was. Gut, okay, ich setz mal ab. Okay, jetzt muss ich Rückposition machen. Ist nicht gerade schön. What the fuck? Ja, ich weiß nicht, 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 ich weiß nicht Oh, verdammte Scheiße. Ich muss dringend zielen lernen. Okay, irgendjemanden habe ich bekommen, den ich nicht haben wollte. In diesem Moment sozusagen. Oh, verdammt. Ich muss an der Fracht bleiben. Wir sind los damit. Oh. So, Fracht. Dranne bleiben. So. So, da oben sind alle wieder. Oh, verdammte Scheiße. Oh, mein Gott, was ist denn jetzt hier los? Ich bin fast dauernd, ich bin fast dauernd. Scheint vielleicht eine gute Runde zu sein. Keine Ahnung, so direkt. Warte mal. Oh, Mann, ey, die Sombra hat mich ja sehr viele Probleme mitbereitet. Warte mal, was? Verdammte Scheiße. Äh, ich muss noch gepoppt setzen, also, äh, sorry dafür. Äh, das war eine doofe Idee mit, aber... Was soll ich sonst anders machen? Oh, mein Gott, jetzt geht das wieder los. Komm schon. Alles okay. Oh, mein Gott, du solltest mal dringend sieben wieder lernen. Ich bin dead. Äh, gut. Das war mit abzusehen. Wenn es mein Team schafft, wäre es gut. Ich dachte nicht, dass ich das so gut hinbekomme noch mit. Äh, Team, ich bin gleich da. Kommt schon, Leute. Bitte. Äh. Oh, jetzt ist es voll drauf. Ich mach doch. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Oh, mein Gott. War das stressig. Ey, ich zitter hier mit den beiden die ganze Zeit. Oh, mein Gott, ey, ist das nervig. Ich wirf das mal nicht mehr, weil es einfach so beschissen ist. Aber gut, okay. Ähm, was haben wir ihn jetzt? Also, gegnertechnisch? Ja, also, die Mäurer, die hat überhaupt dringend gar nichts geheilt. Das ist echt heftig gewesen. Aber unser hier sehr gut sogar. Sehr, sehr gut. Schaden, ja, kann man auch sagen. Ist noch okay. Ist okay. In manchen Bereichen hätte man schon besser sehen können, aber... Dass ich überhaupt mit den Schaden mithalten konnte. Danke, Mercy. Ah, gut, dann mal weiter. Oh, scheiße, wo war ich denn gelandet? Ah, dass die Gegner halt eine Damage-Mäure haben. Das könnte jetzt nervig werden. Wie früher, seit sich dieser Mistkerl mit meinem Bike davon gemacht hat. Gute Voice-Line. So, wer wird jetzt denken, es kommt gleich die Büro wieder von Anfang an? Ich hab so eine Vermutung. Ich will es aber bloß nicht wissen. Tut mir leid. 4, 3, 2, 1. Zielen, zielen. Und getroffen. Es hat was gemacht. Warte mal. Stehen die ganze Zeit an der Fracht? Okay, eins auf den Dutz bekommen. Ah, gut, okay. Also müssen wir mit so etwas nicht rechnen. Aber trotzdem eine Diva, die im Hinterhalt ist. What the fuck? Warum ist die Person jetzt abgehauen? Oh mein Gott. Beigetreten, gut. Oh mein Gott, ich dachte schon. Was mach ich denn hier? Was? Ich bin scheiße. Warum hab ich so gleich eine Vermutung, dass hier irgendwas passieren wird? Oh, noch ein bisschen was geschafft. Er ist nicht tot. Das ist gut. Weil die haben gleich es geschafft zum Punkt. Okay, jetzt machen die Gegner aber sehr gut Druck. Mal gucken, was jetzt die Diva alles so noch macht aus unserem Team. Ich gucke gerade eben, dass meine zwei Katzen hier gerade eben halt wie gesagt nur ruhig machen. Kein Stress machen. Ich hatte mich gerade eben so unk etwas selbst gehört wieder. Mein Gott. Habe ich gesehen da. Jetzt muss ich wieder nachladen. Warum heißt so die regnigste Vermutung, dass hier gleich einer mit sein könnte? Wenn man schon vom Teufel spricht. Ist es down? War gut. Warte mal, hier ist noch jemand. Doch nicht mehr. Ich versuche jetzt halt so ein bisschen Schaden noch mitzumachen, so gut wie es geht. Gegner, die Mat verlassen. Es war die Diva. Na gut, dann Bob rein. So, da war noch jemand. Okay, Roto. Er ist wieder da. Ja, hatte auch ein kurzes Problem, sozusagen. Ist hier irgendjemand noch von denen? Da ist Dynamit. Nein! Nein! Ich muss mal kurz wieder hoch. So, ist down. Oh, noch jemand. So, ist auch down. Na doi, jetzt wieder. Was ist dort? Gehen wir mal schnell Heilung kühlen. Also... Ich bin schon wieder. Ist hier noch jemand? Ich bin schon wieder. Ich gebe Deckung. Ist... Ich bin schon wieder... Wir sind dank. So, Rotok. Ist down. Nichts geschafft. ich bin noch am leben da drüben ist jemand na gut dann wagenkampfen hier wieder das übliche was man machen kann das hat weh das hat weh gut dass ich nicht als einziger die holt abbekommen habe ich weiß ich irgendwie gefühlt werden sie ein kleines bisschen jetzt wärmer okay die meure heilt jetzt auch ein bisschen mehr trotzdem sieht es für dich ein bisschen schrecken sieht es für die ein bisschen schrecklicher aus so ist dann so dann noch mal feuer hinterher schmeißen also für eine anfangsrunde war schon echt gut eigentlich mit dabei heilerte spielt definitiv kann man wirklich sagen ehrlich die war und das war halt wirklich hat schon mal eine gute anfangsrunde ich mache dann jetzt jedenfalls noch den zweiten hinterher sehen wie das wird und dann bis gleich auch zur zweiten runde zweite runde läuft und mal gucken wie diese runde wird ja mal gucken wie die rangliste generell so wird ist sie schon mal einer ich hab ich sehe schon wieder was sie haben ein bisschen oh nein ist nicht so schlimm sie ist einfach bloß ein charakter sag ich mir öfters mal so ja mal gucken wie es jedenfalls so wird es gibt halt manchmal gute situationen manchmal schlechte situationen man muss das ganze auch ein bisschen abwiegen so in etwa mein gott ich hatte ihn fast warum na gut ich konnte halt wie gesagt gut sachen weg machen das war gerade im von der anderen richtig doof unser reaper ja fragt man aufwürdig aber gut was hat oh mein gott wir haben dumpf ist als mitspieler okay eigentlich sind wir echt gut mit aufgestellt oh nein hinter mir hinter mir hinter mir hinter mir ja ich hab schon mitbekommen ich könnte auch wechseln mache ich aber bisher jetzt noch nicht ich werde da nächste runde sehen so in etwa für mich ist halt wie gesagt das einzige problem immer wenn irgendjemand so mit symmetrisch hier spielen will der gott war sooo ult reinzimmern und mal gucken was passiert oh bin tot noch jemand ist am leben vom gegnernteam aber mal sehen reaper du hast ult also wenn es geht mach irgendwas gut aus der ult ich habe gute vorarbeit geleistet die So, ist down. Das ist keine gute Idee, jetzt so ein bisschen reinzukehren. Äh, Leute! Danke dafür. Ähm. Oh, also ich muss ehrlich sagen, danke dafür, dass ich überleben durfte. Ich hab rein gar nicht mitbekommen, was passiert ist. Und da war ein Bob in der Ecke. Warte mal, wo kommt Bob hier? Reaper, bitte aufpassen. Oh nein. Oh, da ist unsere Rollt. Dann bin ich zufrieden. Ich bin absolut zufrieden. Das heißt, bloß hier gucken. Äh, ich bin noch da. Erste Runde gewonnen. Puh. Das war knapp. Das war übelst knapp. Gutes Team. Doomfist hat sehr viel runtergeschubst. Das war sehr gut. Oh nein, ich seh schon Probleme voraus. Ach so, ich wollte ja auch vielleicht nochmal ein bisschen Erklärung machen. Ähm, zwecks wegen den ganzen halt so. Man merkt auch ein bisschen bei den Videos, ich bin halt wie gesagt so ein bisschen ruhiger. Außer wenn ich halt wie gesagt so oben Spiel spiele, wo ich halt wie gesagt nicht so viel Konzentration mit so in etwa brauche. So, Overwatch, das ist halt wie gesagt so Konzentration brauchst du so in etwa, um halt wie gesagt ein bisschen was zu machen. Ich kann halt wirklich bloß dann ein bisschen besser reden, wenn ich halt wie gesagt so ein bisschen außerhalb bin. Ich hoffe, das wird mir ein bisschen nicht so vernachhalten. Also, dass ich halt so bin. Also, das wäre ein bisschen doof. Und down. Na gut, ich werde nochmal... Ne, ich... Ich werde noch nicht wechseln. Ich werde noch nicht wechseln, weil... Tracer ist für mich jetzt nicht so schlimm, dass ich unbedingt wechseln will. Ja, ein bisschen gebullied werden ist ja nicht... Ist ja halt ein bisschen doof, aber... Ja, kennt man schon schlimme Situationen. Äh... Ja, jetzt musst du wieder gehen. Ähm... Macht die Erne auch kalt hier? Danke. Die Erne ist nicht kalt. Oh mein Gott, war das heftig. Ein heftiger Kampf gegen den Erne. Abhullt. Ist sehr gut für mich. Das heißt, bloß abwarten, was die Gegner alles noch zu machen. Am besten wäre halt wirklich hinter dir alles komplett wegrüten. Ja, ich halt so in etwa sage... So, machen. Und das so. Also... Ich hab gut geschätzt, mussten wir sagen. So, Schniper. Hab auch dafür gut. Geht. Keinen Pfeil, es geht nichts. Keinen Pfeil, es geht nichts. Was ist getroffen? Ich kann treffen! Es ist so gut. Einfach bloß hier hinzustehen und zu zielen. Habe ich jemanden getroffen wieder? Ähm... Ja. Weg mal mit dir. Also, ich muss ehrlich sagen, es war schon gut. Es war schon gut. Ich hab aber nicht Highlighter spielts. Wär aber würdig gewesen. Aber der Reaper hat auch gut gemacht, muss man ehrlich sagen. Hab ich die ganze Zeit abgewartet. Also, Schadensdealer haben gut gemacht. Tank hat gut gemacht. Tyler hat gut gemacht. Und ich bin in Gold 4. Das habt ihr alles jetzt nicht gesehen. Ich hoffe, euch hat jedenfalls ein bisschen Rangliste wieder gefallen. Es hat mir auch wieder sehr viel Spaß gemacht. Und ich bin halt, wie gesagt, die meiste Zeit dabei, halt wirklich die ganzen Herausforderungen zu machen, weil mit dir kannst du halt Credits bekommen. Und Credits sind wichtig, um Battle Pass zu holen. Ich bin jetzt halt, wie gesagt, fast bei den Tausend, die ich brauche. Ich werde dann halt, wenn ich das nächste Mal wieder habe, kann ich die mir das nächste Mal holen. Bedeutet, Battle Pass ist dann wieder für mich am Start. So, dann tschau, schönen Tag euch noch und bis zu einer weiteren Folge von Overwatch 2. Tschüss.